Hey Freunde, willkommen zu Splatoon 2 Online und jetzt die Bewertung, bitte! Hey Freunde, sind wir wieder? Zeit für das Neueste aus dem Copolisplatz, direkt vor Ort um den Copolisplatz. Vor dem Erechen Neuigkeiten hat noch immer etwas für uns. Hey, wie was? Im Moment habe ich eine leichte Panik. Na, die Ergebnisse von Splatters sind doch da. Sind sie? Achso, ja, also die Ergebnisse von Splatters sind da. So, dann schauen wir zuerst mal, welches Team um die beliebtesten war. Ich finde nur so aus. Dam, 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 dam. Ah! Wow! Ach, Mendo, ich freue mich so. Okay, okay, so weit, so gut. Kommen wir zum richtigsten. Ja, beliebt hätte es nicht alles. Schauen wir mal, welches Team die meisten Siege hat. Inolk! Genau-o! Assim aus whirrch dir��에 versteckt. Ja, sie hat sich das gemacht, aber irgendwie bleibt OK. Okay, Sie我說, was in Solomon MyK token расprechen soll in Zukunft mit Gern der erste Ecke gucken. Genau! Also dann ist es soweit. Hier kommt das Endprojekt. Siege das Splatters ist ... Bam! Okay, 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 cool! Tittenfische sind stylisch und Rocken-Oktopusse sind vor allem echt ein zu hart Socken. Gut gekämpft Team-Oktopusse, ich bin stolz auf euch. Krass, dass unsere Show jetzt schon ein ganzes Jahr läuft. Ja, das ist wirklich oberkrass. Ein wirkliches Dankeschön an unseren tollen Fans. Wir lieben euch. Wer beim Splatfest dabei wird, bekommt den Preis an den Kopulisplatz. Kommen wir zu der aktuellsten und gesagtensten Arena an den Standardkampf. Schaut euch bei den Kämpfen ruhig die Waren an, aber lasst sie sich im Regal. Genau, erst schließen, dann shoppen. Heute geht's mit dem Arena für den Krankenkampf. Mir ist ein Text eingefallen, aber irgendwie ist es mir peinlich. Na jetzt will ich ihn auf jeden Fall hören. Es werden noch ja hin für Liga-Kämpfe. Findest du nicht auch, dass das ein cooler Drehort für den Musikvideo wäre? Das drehe ich! Es ist etwas so schön Industriendes. Ich kann immer noch nicht fassen, wie glatt im letzten Konzert gelaufen ist. Ja, besonders leichter zu proben, nur bei der Berge im Behaltejob zu haben. So, das war's dann auch wieder. Und denkt daran, ihr seid cool, ihr seid halt doch cool! Ach nö, meine lieben Freunde! Schon wieder Perla! Warum ausgerechnet nur Perla? Wann hat Marina eigentlich mal Gewinne? Also wirklich! Ich könnte wirklich nur rumheulen, echt. Es wird leider keine Kämpfe geben, weil ich jetzt gerade am traurig weinen bin. Und da sehen wir uns dann bald wieder in Splatoon 2 online. Also bis bald! Ciao!